Ja, ey, habt ihr gesehen, ich habe es bei Instagram gepostet, manche von euch haben ja kein Instagram, unter dem Post, dass Pal Dardai zurück ist, ratet mal, wer da kommentiert hat, es hat einfach Kunja da drunter kommentiert, hao he, also, ey, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das sage, ja, du, also, da denkst du, die echt nur so, ey, die Kunja, die Kunja, sieht nur, dass Pal wieder da ist, erstmal ein schönes dickes hao he, alleine, dass er, alleine wie viele Spieler, ausländische Spieler, die anderthalb Jahre bei uns waren, würden erstmal sowas kommentieren und würden dann auch noch mit unserem Schlachtruf hao he kommentieren, also, das hat so eine, Alter, ich habe mich richtig gefreut, ohne Scheiß, ich glaube zwar nicht, dass er jemals wieder zurückkommt, aber erstens weiß man nie und zweitens fand ich es einfach wirklich, also, ich habe mich so gefreut, Denji, danke für dein Stufe 1 Abo, müsse akzeptiere, genau, und jetzt kommt nämlich die alte Tagesform wieder zurück, und das Gute an der Tagesform ist, sie kann auch ab und an mal gut sein, Kritt, danke für dein Prime Abo, 21 Monate am Start, Wahnsinn. Ähm, ja, also, ich bin echt glücklich, gestern, weiß ich gar nicht, ich hatte ja Pal nochmal mit ins Spiel gebracht, der wurde ja auch ins Spiel gebracht, aber es wurden ja vor allem so externe Namen gehandelt und so weiter, ähm, ja, der wurde ja, äh, wurde ja Gisdol gehandelt, das mit Kohfeldt und, äh, Weinziel fand ich ein bisschen weit hergeholt, aber gut, und ich muss einfach sagen, ähm, ich habe ja gestern schon in meinem Video gesagt, falls ihr es gesehen habt, von allen Lösungen, die jetzt möglich wären, fände ich Pal die beste, fände ich Pal die beste, und ich freue mich wirklich sehr, dass es Pal jetzt, äh, geworden ist, weil du hast auch einen Riesenvorteil, den hat einer, äh, auch gerade in die Kommentare geschrieben, das muss man sich wirklich nochmal vor Augen halten, ein externer Trainer, der jetzt kommt, wie gut kennt der die Mannschaft, der hat sechs Spiele Zeit, das ist gar nichts, du hast auch nicht irgendwie nochmal eine Woche Zeit, irgendwie ein Trainingslager einzulegen, vielleicht könnte man das trotzdem nochmal irgendwie machen, aber du hast gar keine Zeit, Pal Dardai wird jedes Spiel von Hertha geguckt haben, der wird genau wissen, wo liegen die Schwächen, wo liegen die Stärken in diesem Kader, und das ist ein Riesenvorteil, weil wenn jetzt ein Gisdol oder so kommt, der muss sich, der kann ja gar nicht sich so viel damit beschäftigt haben in der Vergangenheit, natürlich, der wird jetzt, äh, sehr, sehr viel Zeit da rein investieren und so weiter, aber Pal wird jedes Spiel geguckt haben, der wird genau die Schwächen und Stärken kennen, im Zweifel wird er sich auch mal mit Marton ausgetauscht haben, das ist ein Riesenvorteil, den man bei diesen sechs Spielen, äh, betrachten muss, was man bei einem anderen Trainer nicht hätte, definitiv. Äh, MC Koi, danke für 400 großzügige Bits, mein Lieber, äh, dass sich das Pal Dardai nach dem ganzen, äh, selbstherrlichen Getöse von Bobic jetzt nochmal gibt, ist mehr als nur bemerkenswert, er zeigt, dass ihm nur unser Verein am Herzen liegt und sonst nichts, außer eine Kiste Zigarren vielleicht, egal, ob wir drinbleiben äh, oder absteigen, es fühlt sich jedenfalls sehr gut an, dass jetzt einer von uns den Hühnerhaufen übers Feld scheucht und vor allem hört diese ätzende Schönrederei vor jedem Spiel endlich auf. Ich muss auch sagen, ich hatte vorhin, äh, eine, äh, eine Diskussion, also keine Auseinandersetzung, eine normale Diskussion auf Twitter auch mit jemandem, der gesagt hat, ja, Pal, äh, der hat eine fette Abfindung bekommen, jetzt kommt er wieder, weil er nochmal Geld kassiert, also das ist mir viel zu populistisch, muss ich sagen, ohne den jetzt, äh, da einen Pranger zu stellen oder so, ich meine bloß, diese Meinung vertreten vielleicht manche und ich vertrete diese Meinung gar nicht, weil er wurde zweimal entlassen bei Hertha, das erste Mal von Preetz, äh, weil man mit Jovic was Neues ausprobieren wollte, weil wir da eben noch die Gedanken hatten, wir geben jetzt viel Geld aus und der Fußball, den Pal nicht spielt, äh, der, den Pal spielt, das ist nicht der Fußball, den wir in Zukunft spielen wollen, ja. Trotzdem hat Pal selber mal gesagt, ey, wenn wir mehr Geld investieren, auch in Offensivkräfte, würde ich auch gerne offensiveren Fußball spielen, das funktioniert jetzt aber, es funktioniert mit diesem Kader nicht und danach auch nach der ersten Phase hatte keiner mehr mit dem gleichen Kader so einen Punkteschnitt wie Pal Dardai. Hat also gezeigt, dass er vielleicht diesen Defensivfußball nicht nur gespielt hat, weil er immer, wie alle von außen immer sagen, taktisch limitiert ist, sondern, weil er gesagt hat, ey, ich würde gerne offensiver spielen, mit dem Kader würde ich aber empfehlen, nicht so offensiv zu spielen, weil dann holst du nicht die nötigen Punkte, holst nicht das Maximum raus und das hat sich ja bewahrheitet. Beim zweiten Mal, als wir ihn geholt haben, haben wir den Nicht-Abspieg geschafft, trotz einer Lage in Corona-Zeiten, wo wir dann sogar mit einem Kader, der keine Flügelspieler hatte, sogar noch englische Wochen hatten, weil wir in die Quarantäne mussten und trotzdem haben wir es noch irgendwie geschafft. Dann ist er in die Saison gestartet, hat natürlich jetzt nicht erfolgreich mega gespielt, aber habt ihr euch den Kader mal angeguckt? Wir hatten überhaupt kein Tempo letztes Jahr und dann wurde ihm vorgeworfen, der Fußball sei so unattraktiv. Ich war auch nicht immer konform mit den Aufstellungen, die er gemacht hat, aber mit Mittelstädt und Darida auf dem Flügel zu spielen, ist nun mal auch nicht das Gelbe vom Ei, the yellow from the egg, wie der Franzose sagt. Und dann hat man ja gesehen, was hat Korkut danach geleistet und was war dann der Fußball, mit dem wir drin geblieben sind, mit Felix Magath? Der war gefühlt noch mehr Rumpelfußball als unter Dardai. Wir haben es dann geschafft, aber ansehnlich war der ja wohl noch weniger. Und jetzt kam ein Trainer, wo wir am Anfang gesagt haben mit Sandro Schwarz, leider hat sich das ja bewahrheitet, nur mein Bauchgefühl damals war das. Gar nicht, weil ich so negativ sein wollte, sondern mein Bauchgefühl war einfach nur damals, ey, Sandro Schwarz war bei Mainz, hat er mich spielerisch nicht überzeugt. In Moskau konnte ich es nicht beurteilen, da hatte er Erfolg, aber hat dann die letzten neun Spiele auch alle verloren. Ich hoffe, es klappt, aber mein Gefühl war, das ist wieder so ein Trainer, der Anfang nächsten Jahres, also das wäre dann Januar, Februar 2023, weg sein wird. Hat sich nicht bestätigt und ich habe mich auch gefreut, dass wir dann ab und an tolle Spiele abgeliefert haben, aber die Punkte sind nicht gekommen. Und ein Großteil der tollen Spiele, müssen wir einfach mal sagen, war überdurchschnittlicher Luke Bakio plus ein Ejuke. Da war trotzdem jetzt nicht so, dass wir jeden Spieler, jeden Klub spielerisch auseinandergenommen haben und die Punkte sind ja trotzdem nicht gekommen. Also rein theoretisch auch nach diesem Spiel gegen Bochum, nach diesem Spiel gegen Wolfsburg, nach diesem Spiel gegen Union, hätte die Entlassung, also ich will mich jetzt da nicht selber beweihräuchern, aber hätte die Entlassung eigentlich für meine Begriffe auch dort stattfinden müssen. Andererseits kann man auch sagen, es zeigt auch, dass wir eben nicht mehr so handeln wollen wie früher und einfach immer nur raus, 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 neuer Trainer, sondern wir haben wirklich alles versucht. Aber irgendwann musst du ja die Reißleine ziehen, die für meine Begriffe zu spät gezogen wurde. Und jetzt ist Pal Dardai wieder da. Und um jetzt nochmal die Schleife zu binden, Pal Dardai zu sagen, dass er das nur wegen des Geldes macht. Wenn er nur wegen des Geldes handeln würde, dann wäre er schon längst bei einem anderen Klub untergekommen, ob jetzt in der ersten oder zweiten Liga. Er hatte damals ein Angebot von Köln, hat es nicht angenommen, weil er immer darauf spekuliert hat, vielleicht helfe ich nochmal meiner Hertha. Der hatte sicherlich auch Angebote aus der zweiten Liga oder aus der ungarischen Liga, wo er ja auch schon Nationaltrainer war. Und er tut es sich immer wieder an. Ich glaube, dass, wenn man jetzt sagt, dass es da nur ums Geld geht, die Abfindung, die er bekommen hat. Also sorry, aber wem hat denn eine Abfindung mehr zugestanden, nachdem als Bobic, nachdem Bobic ihn ja nun völlig unrühmlich entlassen hat. Und diese ganzen, sagen wir mal, bockigen Kommentare von Pal, wo er dann in der Pressekonferenz meinte, der Kader ist nicht gut genug, so reicht es nicht. Er hatte doch recht damit. Und danach hat er dann gesagt, ja, Hertha will einen großen Trainer, der kleine Paar ist zu klein. Das wird ihm so gesagt worden sein, im Vier-Augen-Gespräch. Und er hat das einfach bockig nach außen getragen, was natürlich nicht professionell ist, aber guckt euch doch Bobic an, wie der gearbeitet hat. Also im Endeffekt hat doch Dardai eigentlich mit allem immer recht behalten. Und dass er nach dem, wie er da entlassen wurde, die Abfindung bekommen hat, zu einem Gehalt, was sicherlich weniger war als von Sandro Schwarz, finde ich ja wohl mehr als gerechtfertigt. Gerechtfertigt. Finde ich ja wohl mehr als gerechtfertigt, dass er da bei so einem Bobic, der den Verein da komplett umgekrempelt hat, finde ich mehr als gerechtfertigt, dass er da auf einer Abfindung bestanden hat. Also sorry, man braucht jetzt auch, also das finde ich, kann man ihm jetzt wirklich nicht anlasten und nicht so tun, als ob er hier nur zu Hertha kommt wegen des Geldes. Das finde ich, ist wirklich nicht fair ihm gegenüber. Finde ich wirklich nicht fair. Und das habe ich auch damals schon gesagt. Und jetzt in dieser Situation, jetzt in dieser Situation, man kann jetzt sagen, er hat nichts zu verlieren. Aber normalerweise, welcher Trainer tut sich das an? Ein Trainer, der sehr, sehr viel Geld bekommt. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass ein Paar Dardai bei einem Nichtabstieg zwei Millionen bekommt wie ein Felix Magath. Der weiß um unsere wirtschaftliche Lage. Der wird jetzt nicht das umsonst machen, aber der wird wahrscheinlich, würde ich mal von ausgehen, billiger sein, als wenn jemand, ich sage jetzt mal extern gekommen wäre, weil für mich ist ein Paar Dardai immer härter. Der ist nie extern. Ich bin mir sicher, dass auch ein Gießdoll mehr Geld verlangt hätte, um die letzten sechs Spiele nochmal sowas zu übernehmen, weil das kann halt trotzdem einen Knick bedeuten. Natürlich kann man dann als Trainer sagen, ja sorry, ich kam da hin, der Kaderwack hat das so fast, keiner hat es geschafft. Sechs Spiele, wer hätte das da geschafft? Aber in deiner Vita steht dann nicht, steht dann Abstieg nicht verhindert. Und das lassen sich dann Leute schon bezahlen, wenn sie so ein Risiko eingehen. Von daher für mich richtig geil, dass er es macht. Ja, der wird seine Kohle bekommen, aber der wird jetzt nicht zwei Millionen wie Felix Magath bekommen. Und unabhängig davon, dass er sich das nochmal macht, natürlich am Ende muss Hertha ja eigentlich, wie sagt man immer so, zu Kreuze kriechen bei ihm. Oder musste zu Kreuze kriechen und sich eingestehen, dass es eigentlich total peinlich war, wie wir mit ihm umgegangen sind. Aber trotzdem finde ich es toll, dass er nicht sagt jetzt, Alter, ganz ehrlich, wollt ihr mich verarschen? Ihr habt mich hier zweimal rausgeschmissen. Jedes Mal kommt hier irgendein Manager und schmeißt mich raus und jetzt wollt ihr mir einen Vertrag geben, der nicht mal langfristig ist, sondern ich soll hier wieder der Feuerwehrmann sein und im Sommer bin ich weg. Nee, er macht das einfach. Wir wissen nicht, was jetzt die genauen Vertragsdetails sind, aber vielleicht gibt es ja da auch irgendwie eine Vereinbarung, dass er bleiben darf, aber ich finde es erstmal toll. Und ich glaube, wenn ich ehrlich, also unter Bobic hätte er es niemals gemacht, das ist klar. Bobic hätte es auch niemals getan. Deswegen hat er es ja letztes Jahr auch nicht gemacht. Der hätte sich die Blöße nicht gegeben. Aber ich glaube, dass auch ein Benjamin Weber, mit dem er bestimmt viel zusammengearbeitet hat, als Pal noch Jugendtrainer war und er der Leiter der Jugendakademie war, einen großen Anteil daran hat, dass er es gemacht hat. Also ich glaube schon, dass die da eine gute Verbindung haben. Vielleicht auch Kai, kann auch gut sein, aber ich glaube, noch mehr wird ich glaube, noch mehr wird da die Rolle gespielt haben, ein Benjamin Weber, bin ich mir sicher. Und natürlich, dass er einfach unfassbar unfassbare Hertha-Verbundenheit hat. So, wir lesen uns das Statement gleich durch und dann antworte ich auf eure Sachen im Chat. Das wollte ich bloß nochmal loswerden, von meiner Seite aus als Statement dazu, weil ich einfach glücklich bin, dass er wieder da ist. Zecke natürlich auch, stimmt, Zecke natürlich auch, 100%. Schwimmrentner, danke für 100 Bits. Freue mich gegen Bayern, endlich wieder einen Heimsieg im Stadion zu sehen. Gegen Bremen, sorry, ich habe mich verlesen, gegen Bremen. Wir werden deutsche Meister und keiner kann uns aufhalten. Warten wir mal ab. Prinz Domdom, danke für 100 Bits. Ich glaube, die Hertha hält die Klasse. Der Effekt wird eintreten. Das Programm ist auch lösbar. Prinz Domdom, danke für deine Dortmunder Sicht. Wir reden einfach gar nicht über euer Spiel gestern. Weste, 1972, danke für dein Stufe 1 Abo. Drei Monate am Start, da klärt sich einer die Meisterschale. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Hertha-Fan forever, danke für dein Prime Abo. Dritter Monat am Start, ebenso die Meisterschale. Sonny Black, mein Lieber, danke für 100 Bits. Kein anderer Trainer hätte in der Situation nochmal so eine Euphorie unter uns Fans auslesen können. Wenn jemand das Unmögliche schafft, dann Pal. Das stimmt definitiv. Also keine der Lösungen, die gekommen wäre, ob jetzt ein Gießdol, ob ein Kohfeldt oder erst recht nicht ein Weinzierl hätte ansatzweise diese diesen Hype ausgelöst, wie jetzt ein Pal Dardai. Vielleicht ist dieser Hype jetzt auch übertrieben. Vielleicht ist es jetzt auch so, dass wir sagen, dass wir am Ende trotzdem sang- und klanglos absteigen und wir uns völlig umsonst gefreut haben. Aber es ist doch erstmal einfach ein schönes Gefühl. Und beim Fußball geht es doch auch um Gefühl. Es geht doch nicht immer nur um den sportlichen Erfolg. Warum sind wir denn so lange Hertha-Fans? Wer von uns ist denn Hertha-Fan wegen des Erfolges? Wir sind Fans, weil es ein geiles Gefühl ist, weil wir diesen Verein lieben, weil wir dieses Zusammensein lieben, zusammen leiden, im Stadion, auf der Couch darüber zu quatschen. Und das Gefühl, das uns diese Dardai-Verpflichtung gibt, ist doch erstmal ein geiles. Und selbst wenn es einen Hype auslöst, der gar nicht berechtigt ist, ist es doch schon schön genug, Luke, sich erstmal mit dem Verein wieder identifizieren zu können und sich freuen zu können, dass er zurück ist. Dennis, du geile Sau, danke für 600 Bits. Ich war selten so deiner Meinung. Was? Du bist doch immer meiner Meinung. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Und Lindemann, vielen, vielen Dank für großzügige 500 Pahl-Dardai-Bits. Vielen Dank an euch beide. Luke, dank 100 Bits. Dardai hätte einfach nie entlassen werden dürfen. Man hätte einfach die Mannschaft viel mehr verändern müssen und besser aufstellen müssen, so wie er es auch am Anfang gesagt hat. Und sich auf die Defensive konzentrieren. Und wenn Schritt eins, die Defensive, komplett funktioniert, kann man sagen, man kann langsam in eine offensivere Richtung gehen. Aber das dauert über mehrere Jahre. Und wenn er einfach geblieben wäre, hätte ja diese Konstanz kommen können. Genau, und das sagt hier ein Mainz-Fan. Und das Gleiche kann man ja auch sagen zu seiner ersten Amtszeit. Da hatten wir deutlich bessere Spieler. Und da haben wir auch deutlich besser teilweise gespielt. Mit dem Ibisevic, mit dem Kalou, mit dem Weiser, mit dem Duda. Da haben wir ja tolle Spiele absolviert. Ich sag nur dieses 2-0 gegen Bayern-Unterpal damals zu Hause. Aber dann muss halt auch ein Manager an der Seite sein, der Hand in Hand mit dir arbeitet und gute Transfers tätigt, um dich auch aufs nächste Level bringen zu können. Klaas, danke für 100 Bits. Bin in allem genau deiner Meinung und hoffe, du kannst jetzt wenigstens bis zum nächsten Spiel wieder besser schlafen. Für Bobic ist es zudem ein weiterer Schlag in die Fresse und Pal will jetzt allen äh, Pal will jetzt Pal will es jetzt allen beweisen. Ja, definitiv. Bobic, also sorry, Bobic ist mit definitiv dann auch mit allen, muss man sagen, so sehr ich Sandro mag, aber er ist mit all seinen Trainerentscheidungen grandios gescheitert. Und das Schöne ist, wisst ihr, was mir nochmal einfällt kurz, muss ich nochmal kurz sagen, ähm, dass auch sowas nicht dazwischen steht. Das finde ich auch geil. Ihr erinnert euch ja vielleicht noch, als Steffel und Kai äh, kandidiert haben, hat doch Pal sich klar für Steffel ausgesprochen. Äh, Pal hat sich in so einem Video klar für Steffel ausgesprochen, weil er ja auch irgendwie Handballfan ist durch seine Frau und so. Und trotzdem, das jetzt, das ist doch das Wichtige, dass man über sowas stehen kann und das jetzt nicht da, äh, irgendwie jetzt Kai dazwischenfunkt und sagt, nee, auf den hab ich jetzt keinen Bock, der hat sich damals für Steffel ausgesprochen. Sowas ist doch wichtig, ja. Unabhängig davon, dass es ja eigentlich gar nicht sein Bereich ist, sondern dass es der Bereich ist von Benni Weber, aber sowas wird natürlich abgestimmt und muss natürlich auch abgesegnet werden mit dem Präsidium. Dennis, du geile Sau, danke für nochmal 100 Bits. Ich meinte damit, dass du es genau auf den Kopf getroffen hast, zu 100 Prozent. Ich weiß doch, mein Lieber, ich weiß doch. Ach ja, ich bin erstmal froh. Komm, wir lesen uns mal. Ich geh mal auf die Hertha-Seite und wir lesen uns mal die offizielle Mitteilung von Hertha dazu durch. Im Übrigen, muss ich nochmal sagen, wisst ihr, welcher Mensch, der überhaupt keine Beziehung zum Fußball hat und zu Hertha hat, sich am meisten über diese, wenn sie nachher Feierabend hat, über diese, ähm, Paldadai-Rückkehr freuen wird, meine verlobte Nali, die findet den doch so niedlich und süß. Die hat mir schon, als ich das gepostet habe, Paldadai kommt zurück, hat sie direkt so mit diesen Herzaugen geantwortet. Ich muss aufpassen, ne? Ich hoffe, die treffen sich nicht mal in Berlin. Pald, ich sag euch, Pald, ich hab schon so viele Frauen, auch jüngere Frauen gesehen, die Pald niedlich finden. Der ist ein Frauenschwarm. Ich sag's euch. Oh, neues Community-Mitglied. Alles, äh, Airboy. Alle, alles Airboy. All S Airboy. Alles Airboy. Vielen, vielen Dank für dein Prime-Abo. Herzlich willkommen hier in der Selbsthilfegruppe, die heute durch mich sehr gut gelaunt vertreten ist. Und jetzt mach ich mich mal nach unten links. Herr Nali hat ihn zurückgeholt. Bestimmt, sie meinte, ey, ich kann das nicht mehr ab. Der hat immer schlechte Laune, ist nur am Rumbrüllen zu Hause. Ich kann es nicht mehr ab. Wahrscheinlich hat sie bei Benni Weber angerufen und meinte, jetzt holt doch einfach mal den süßen Pahl zurück. Ich bin völlig euphorisiert, Alter. Pahl Dardai übernimmt für Sandro Schwarz. Prinz Domdom, danke für 100 Bits. Ich glaub ehrlich, was brauchst du jetzt in so einer Situation? Leidenschaft, Identifikation, Wille und Herzensblut für den Verein. Wenn das einer hat, dann Pahl. Alle anderen Lösungen hätte das jetzt nicht gebracht. Schön spielen ist jetzt sowieso nicht an erster Stelle. Absolut. Guck mal, das sind Meinungen von Nicht-Härter-Fans. Hier muss man auch mal klar dazu sagen. So, jetzt nochmal von vorne. Pahl Dardai übernimmt für Sandro Schwarz. Ich muss mich erst mal ein bisschen beruhigen. Mein Puls ist schon wieder... Ich fühle mich... Kennt ihr diesen Typen von ab ins Beet? Manchmal fühle ich mich, als ob ich wie der bin, der immer so komplett ausgerastet ist wegen Kleinigkeiten. So fühle ich mich manchmal auch. Nach eingehender interner... Ich glaube, das haben wir gerade auch als E-Mail bekommen. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen. Ich habe nur gesehen, dass ich eine E-Mail von Hertha bekommen habe. Nach eingehender interner Beratung und zahlreichen Gesprächen hat sich Hertha dazu entschlossen, die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Sandro Schwarz mit sofortiger Wirkung zu beenden. Ebenso werden Wolkam, Bulut und Daniel Fischer ab sofort nicht mehr Teil des Trainerteams sein. Sandro hat mit seinem Trainerteam bis zuletzt Tag für Tag viel Arbeit, Energie und Leidenschaft in die Entwicklung der Mannschaft investiert. Dafür möchten wir uns bei ihm bedanken und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. Auf Sandro gehen wir gleich nochmal ein, weil der hat auch nochmal einen Gruß an die Hertha-Fans gesendet und ist wirklich ein feiner Kerl, muss man wirklich sagen. Wir haben nach der in der Art und Weise erschreckenden Niederlage in Gelsenkirchen die vergangenen eineinhalb Tage intensiv genutzt, um unsere Situation auch gemeinsam mit Sandro zu analysieren und zu bewerten. Wir sind dabei zu dem Entschluss gekommen, für unser Ziel Klassenerhalt der Mannschaft für die wenigen noch ausstehenden Spiele einen neuen Reiz zu setzen, erklärt unser Sportdirektor Benjamin Weber. Schwarz sagt, ich war gerne Trainer von Hertha und hätte mir natürlich wie alle, die es mit diesem Verein halten gewünscht, dass unsere Arbeit mit mehr Punkten belohnt worden wäre. Aber ich kann mit Blick auf die Tabelle nachvollziehen, dass die Verantwortlichen sich für einen neuen Weg entschieden haben. Alleine dieses Statement, guck mal, wie null, ich meine, wir haben ja jetzt auch wirklich lange auf ihn vertraut, er kann ja jetzt auch nicht sauer auf uns sein, dass man das nach so einem Spiel macht, aber alleine, wie er sich da nochmal zu äußert, dass er sich überhaupt nochmal dazu äußert, zeigt einfach, dass er wirklich ein feiner Kerl war. Es hat halt leider nicht funktioniert. Das ist genau wie bei Luke, der das über Mainz gesagt hat. Der meinte, ey, wirklich ein feiner Kerl, aber er musste dann irgendwann gehen, es hat einfach nicht funktioniert und es ist dasselbe bei uns auch. Vielleicht, ich wünsche dem auch, dass er irgendwo anders wieder so einen Erfolg hat wie in Moskau. Vielleicht muss es auch nicht zwangsläufig Bundesliga sein, weil es ist wirklich ein toller Kerl. Bei Korkut habe ich auch immer gesagt, ein sympathischer Typ, aber bei ihm kommt ja noch hinzu, er war ja auch einer, der einen gerade am Anfang, wo man gemerkt hat, der brennt auch irgendwie wirklich für den Verein, wie er vor die Fans getreten ist und so weiter. Am Ende war er wirklich auch, man hat es ihm auch angesehen, sehr belastet durch diese ganze Situation. Ich glaube, er ist auch einfach ein Mensch mit viel Empathie, er ist ein Mensch, der sehr emotional auch ist und dem sowas auch einfach mitnimmt. Und deswegen großen Dank, wir lesen uns das Statement gleich nochmal durch. Drittes Engagement bei unserem Hauptstadtclub. Ab sofort übernimmt Paul Dardai, die Profimannschaft. Der 47-Jährige wird damit nach seinem Engagement von Februar 2015 bis Sommer 2019 sowie zwischen Januar und November 2021 zum dritten Mal Coach bei unserer alten Dame. Die Vereinbarung zwischen dem Klub und dem Umgang gilt bis zum Ende der Saison. Das finde ich schade, aber es ist auch nachvollziehbar und es ist natürlich für uns das Beste. Ich sage trotzdem, dass ich einem Paul es schon mehr gegönnt hätte, wenn man dann sagt, ey, können wir es nochmal mit dir machen, dann geben wir dir auch das Vertrauen, selbst wenn wir absteigen sollten, weil er war immer einer, der die Jugendspieler integriert hat. Das was einer neben den sportlichen Nicht-Erfolgen schon von Anfang an ein Problem bei mir war mit Sandro Schwarz, weil auch damals, als Derry Schernd diese krasse Vorbereitung gemacht hat, hat er ja zum Beispiel im Pokal lieber mit Maulida gespielt und solche Geschichten. Das zieht sich ja auch durch mit Jessic. Deswegen hätte ich es gerne probiert, aber aus Vereinssicht, und das ist ja das Entscheidende, ist das eigentlich die beste Lösung, die man treffen kann, weil du kannst dann im Sommer überlegen, wenn wir zum Beispiel absteigen sollten, was wir natürlich nicht hoffen und weiterhin noch dran glauben, aber wenn das passiert, macht man einen Restart in der zweiten Liga mit Paul, macht man einen Restart mit Oliver Reis, macht man einen Restart mit Oliver Reis und Paul in Doppelfunktion, auch das wäre ja eine Möglichkeit. Vielleicht ist Oliver Reis, kann ich nicht so einschätzen, auch ein Taktikfuchs, der auch sich gut mit Jugend auskennt und er dann so als Co-Trainer mit Paul zusammen oder sucht man eine externe Lösung, sucht man irgendeinen, die ja immer gute Trainer haben aus der RB Akademie, einen jungen Trainer, der noch kein Profitrainer war, sucht man einen Trainer aus der Mainz Akademie, sucht man einen Trainer aus der Hoffenheim Akademie, sucht man einen bekannten Trainer, der sich dieses Projekt annehmen will, der auch schon ein bisschen was geleistet hat. Also das bleibt ja dann alles für uns möglich und insofern ist für den Verein die Entscheidung natürlich die beste. Ich hätte aber Paul es auch gegönnt, langfristig gleich mit ihm zu planen, also dass ihr da so meine Meinung versteht. Genau. Ich freue mich sehr, dass Paul uns die Zusage gegeben hat, die Mannschaft in dieser für Hertha BSC herausfordernden Situation zu übernehmen. Paul hat bereits zweimal gezeigt, dass er mit seiner klaren Art, seinem Plan eine Mannschaft stabilisieren und aus solchen Situationen herausführen kann. Davon sind wir auch jetzt überzeugt, unterstreicht Weber. Dardai selbst hält fest, alle kennen meine Beziehung zu Hertha BSC. Deshalb musste ich auch nicht lange überlegen, als der Anruf kam. Und ihr wisst, dass er letzte Woche noch in einem Interview gesagt hat, er würde keine Mannschaft mehr mitten in der Saison übernehmen. Das war ja der Grund, warum viele gesagt haben, er würde es nicht machen. Wir haben aber bei der, als wir die Strickloge gemacht haben am Samstagabend und dieses Weber Interview gehört haben, ja gesagt haben, ja gut, Sandro Schwarz wird das nicht überleben. Wir haben schon gesagt, der Einzige, der es machen will und machen wird und machen kann und machen muss, ist Paul. Es sind noch sechs Spiele, eventuell auch noch zwei mehr und ich werde mit dem Team alles daran setzen, dass dieser Verein in der Bundesliga bleibt. Das wird keine einfache Aufgabe, aber ich freue mich drauf. Und dann kann er sich heute Abend erstmal schön eine Zigarre anmachen, einen Rotwein genießen und dabei überlegen, wie er morgen die erste Trainingseinheit beginnt. Also ich bin wirklich hyped, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin wirklich völlig hyped. Jetzt bedanke ich mich kurz und dann gucken wir uns mal die Nachricht von Sandro Schwarz an, uns Fans an. Luke, danke von der Bits. Die letzten Worte von Sandro Schwarz waren aber auch schön. Er hat es einfach durch und durch gelebt, auch wenn er gescheitert ist. Definitiv. Deswegen, ich gönne ihm für die Zukunft alles Gute. Er ist auch weiterhin noch ein junger Trainer. Guck mal, hier ist das Statement von Sandro Schwarz an uns und das ist wirklich ein tolles Statement auf Instagram. Ich lese es euch mal kurz vor. Liebe Herthanerinnen und Herthaner, es war für uns alle ein bitterer Abend in Gelsenkirchen und es war zugleich mein letztes Spiel als Trainer von Hertha BSC. Mir ist es wichtig, dass ich mich, bevor sich die Wege trennen, von euch verabschiede, weil ihr in der Zeit, in der ich hier war, immer hinter der Mannschaft und dem Trainerteam gestanden seid. Habt, oder? Aber es ist halt zitiert. Wir haben eure Rückendeckung gespürt und sehr geschätzt. Umso mehr bedauere ich, dass dieser Weg nicht von Erfolg gekrönt war, denn der Zusammenhalt war da. Das muss man ja auch sagen, ne? Also ich meine jetzt gut, ich habe gehört, unsere Fans sind jetzt zum Teil dann aus dem Stadion gegangen, aber das ist ja wohl ein besserer Protest, als zum Beispiel irgendwie gewalttätig zu werden oder so. Finde ich dann viel, finde ich völlig okay, vor allem nach so einer Leistung, sowas dann mal zu machen als Protestaktion, wie zum Beispiel dieses, man dreht sich um und guckt das Spiel nicht mehr. Aber wir standen ja wirklich immer, trotz eigentlich miserabler Punkteausbeute, schlechtester Punkteausbeute der letzten Jahre auf Dauer, weil Korkut war ja nicht von Anfang an da, standen ja alle Fans, verschiedenste Fanlager, alle standen, also verschiedenste Fanlager von Hertha BSC, alle standen ja hinter der Mannschaft. Und das finde ich toll, dass er das auch nochmal anerkennt hier. Denn der Zusammenhalt war da und trotz der Nebengeräusche, die es in dieser Saison gab, hat auch sonst vieles gepasst. Leider hat sich das zu seltenen Ergebnissen widergespiegelt. Ich gehe nicht im Bösen. Das ist so schön, sowas zu hören mal von einem Trainer. Wann, ich kann mich gar nicht erinnern, wann gab es mal so ein ausführliches, persönliches Statement. Finde ich wirklich toll. Im Gegenteil, ich drücke die Daumen, dass unser Team in den letzten Spielen noch die Punkte holen kann, die nötig sind, um in der Liga zu bleiben. Da ist auch schön, dass er weiter noch sagt, unser Team, das macht mich schon glücklich und zeigt einfach auch, was er für ein toller Kerl ist. Dafür wird es weiterhin eure volle Unterstützung brauchen, die immer fantastisch war. Wenn auch zukünftig alle an einem Strang ziehen, ist vieles noch möglich, auch der Klassenverbleib. Ihr hättet ihn auf jeden Fall verdient. In diesem Sinne, hau he, euer Sandro. Das geht mir schon ein bisschen ans Herz. Er ist wirklich ein toller Typ und man, ich weiß auch, das weiß glaube ich auch jeder von uns, dass er das total ernst meint und ich finde toll, dass er nochmal diesen Appell auch an uns Fans richtet und sagt, ey, wir müssen weiterhin zusammenhalten, wir müssen die Mannschaft unterstützen, dann können wir es noch schaffen. Wir dürfen jetzt nicht, wir dürfen jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir müssen weiter supporten und so weiter. Das ist wirklich eine tolle Nachricht. Ja, da hat einer Zwiebeln geschnitten, ich glaube auch. Irgendjemand hat hier Zwiebeln geschnitten. Also ein super Typ. Ich wünsche Sandro nur das Beste. Ich weiß, dass er wirklich auch alles gegeben hat. Es hat leider nicht gereicht oder nicht gepasst, aber das heißt nicht, dass er nicht noch irgendwo sehr erfolgreich werden kann und habe auch nie in Frage gestellt, dass ich ihn nicht sympathisch finde. Ich finde das Statement auch traurig. Natürlich ist das Statement traurig, aber es ist toll, dass er so ein Statement gemacht hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass es sowas oft gab. In der Form, in dieser persönlichen Form, nicht einfach nur irgendeinen Textbaustein wie bei FIFA Karrieremodus hingeflattert. Danke für die Zusammenarbeit und Tschüss, ihr wart tolle Fans, sondern es kommt halt wirklich sehr, sehr persönlich rüber. Und das finde ich gut. Und jetzt hat man, wie ich schon gesagt habe, jetzt hat man halt wieder dieses Feeling, dass irgendwas geht. Selbst wenn es am Ende nicht geht. Wir haben noch das leichteste Restprogramm. Wir können uns ja nochmal die Tabelle angucken. Wir können uns ja nochmal die Tabelle angucken. Werder führt gerade. Die sind dann, vielleicht ist es ganz gut, wenn Werder gewinnt, dass sie aus dem Abstiegskampf draußen sind und nächste Woche ein bisschen Party machen. Aber es wird natürlich trotzdem sehr, sehr schwer gegen Werder Bremen. Wir sind jetzt auf dem letzten Platz. Haben mittlerweile ein Torverhältnis, was wirklich auch nicht mehr positiv zu betrachten ist. Also positiv war es sowieso nicht, aber es war wenigstens verhältnismäßig gut. Und das Torverhältnis ist jetzt relativ schlecht. Aber wir haben weiterhin nur zwei Punkte Rückstand auf Stuttgart und auf Schalke. Und Stuttgart ist auf dem Relegationsplatz, was eigentlich jetzt unser Ziel sein muss, weil der direkte nicht abstieg. Wir werden sehen, wie Bochum heute spielt. Ich hoffe auf Union. Heute tragen wir alle Unionfarben, weil das wäre echt wichtig, dass die nur vier Punkte weg von uns bleiben. Aber wir spielen noch gegen Bochum. Wir spielen noch gegen Stuttgart. Wir spielen noch gegen Köln. Wir spielen noch gegen Bremen. Es ist noch alles drin, auch wenn es nicht gerade rosig aussieht. Und diese Euphorie sollte man mitnehmen, weil es geht ja darum, Spaß zu haben. Und ich glaube nicht, dass wir mit Sandro Schwarz noch wirklich Spaß gehabt hätten als Fans. Trotzdem, eine Sache muss ich auch noch mal dazu sagen. Und dann gehe ich gleich auf eure ganzen Kommentare ein und dann können wir ein bisschen quatschen. Trotzdem muss ich sagen, ich bin ja nicht dran an der Mannschaft. Ich kann es nur aus Fansicht sagen. Ich kann trotzdem nicht ganz nachvollziehen, dass man diesen Schritt so spät vollzogen hat. Also für mich kommt dieser Sprit deutlich zu spät. Er hätte für mich eigentlich erfolgen müssen, wie gesagt, mit dem Bobic rausschmiss. Nicht, weil man Bobic rausgeschmissen hat, sondern weil wir da diese drei entscheidenden Spiele so eklatant verloren haben und da noch genug Zeit war und man diesen kompletten Neustart hätte hinterlegen können. Man hätte es nochmal machen können nach der Niederlage gegen Hoffenheim. Das war ja vor der Länderspielpause. Für mich ist der Zeitpunkt zu spät. Ich glaube, es wird wahrscheinlich auch zu spät sein, aber die Hoffnung stirbt zuletzt und wir haben es noch in der Hand. Durch das Gewinnen der direkten Duelle. Klar, wir haben auch noch Bayern zwischendurch. Bayern taumelt jetzt gerade. Ist natürlich nicht gut, weil taumeln die dann gegen uns auch noch. Wahrscheinlich taumeln sie gegen Mainz mal wieder in Mainz und dann gegen uns schießen sie sich den Frust von der Seele, wenn sie aus der Champions League draußen sind. Aber ist jetzt erstmal egal. Ist jetzt erstmal egal. Paule Fein, Dank von der Bitz auf dem Platz. Leider Abstiegskampf, aber am Tresenabend Champions League. Ja, definitiv. So, und jetzt können wir diskutieren mit euren Meinungen. Ihr könnt ja auch anderer Meinung sein, aber das war jetzt mal ausführlich meine Meinung zu dem Thema. Warum darf dann Menger bleiben? Ja, weiß ich nicht, weil wir vielleicht gerade keine Alternative haben. Das Geilste wäre ja, wenn man... Das Geilste wäre ja, wenn man jetzt einfach auch noch Rune Jahrstein zurückholt, der am Ende noch, weil man sagt, also nichts gegen Oli, aber weil Oli wirklich nicht gut hält im Moment. Jahrstein geht zurück ins Tor und macht den neuen Torwarttrainer gleichzeitig, während er selbst spielt und ab nächstes Jahr ist Jahrstein dann Torwarttrainer. Das wäre die Krönung und der endgültige, die endgültige letzte Rückhand-Buckpfeife für Freddy Bobic, Alter. Ich meine, am Ende, wir müssen ihm noch eh eine Abfindung bezahlen. Sind wir nicht noch im Gerichtsprozess mit ihm? Ob wir ihm jetzt Abfindung bezahlen oder sagen, ey, wir legen alles auf Eis, willst du nicht nochmal ins Tor gehen? Hat es wohl überhaupt... Na, das macht keinen Sinn, der hat ja auch gar keine Trainingspraxis mehr, aber Torwarttrainer könnte er nochmal machen. Ja, Menger muss für meine Begriffe auch raus. Wir können ja nur das betrachten, was die Torhüter gemacht haben. Für mich sprechen genug Punkte dafür, dass Wenger raus... Wenger. Arsene Wenger muss auch raus. Menger raus muss. Er hat das Torwarttalent von Lott gar nicht erkannt. Er hat Schwolo nicht nur nicht stabilisieren können, sondern noch schlechter für meine Begriffe gemacht. Natürlich kommt es immer auf den Torwart an sich an, aber auch bei Olli finde ich nicht, dass er sich verbessert hat, sondern ich finde teilweise eher, dass er sich verschlechtert hat. Das kann natürlich auch damit zusammenliegen, dass so ein junger Spieler dem Druck vielleicht nicht gewachsen ist, aber ich sehe ja trotzdem auch keine Verbesserung. Wozu hat man den Trainer? Und leider muss man auch noch dazu sagen, Ibizevic, so geil ich ihn als Spieler fand, weiß ich jetzt nicht. Also nach der Saison, spätestens nach der Saison muss man sich meine Begriffe auch mal mit Ibizevic und mit Menge auseinandersetzen. Ich glaube, wir haben so viele Baustellen derzeit, dass wir da einfach im Moment andere Problematiken haben. Aber auch da musst du dich mit auseinandersetzen. Das kann so nicht weitergehen. Z1N5, herzlich willkommen in der Community. Freut mich, dass du den Weg hierher gefunden hast. Danke für dein Prime-Abo, ein Toast auf dich. Als wärst du ein Sandwich-Maker, du wirst dich hier sehr wohlfühlen. Meine Meinung findet man auf YouTube dank dir in fünf Minuten quasi das, was du gesagt hast. Okay. Okay. Danke dir. Schwolo schlecht gemacht, schreibt Frank Kenole. Schwolo schlecht gemacht, Oli schlecht gemacht, Lotka nicht gesehen und dann Jarstein. Ja, stimmt, diese Auseinandersetzung mit Jarstein ja auch noch. Also gibt für mich auch keinen Grund. Aber ist halt die Frage, ob du jetzt so kurzfristig oder ob man das nicht lieber im Sommer machen will und sagt, ey, wer könnte denn diesen Bereich gut übernehmen? Du brauchst jetzt auch nicht immer nur so eine Schnellschüsse, weil am Ende musst du Abfindungen bezahlen und kurz, ja, wenn du jetzt keine Alternative hast, dann warte bis zum Sommer, aber auch diese Personalie sehe ich ähnlich. Bin auf die erste Aufstellung gespannt. Bezüglich Aufstellung muss ich sagen, ah, da sag ich auch nochmal was bei Pai Dardai. Es ist nicht so, dass ich bei den Aufstellungen konform gegangen bin mit Pai Dardai. Im Gegenteil, bei den Aufstellungen habe ich mich so oft gefragt, was ist denn das für eine Aufstellung, Alter? Aber, und auch dieses Wechseln ab der 65. Minute, aber die Aufstellungen haben ja anscheinend was gebracht, auch wenn der Fußball nicht schön war und wir haben die defensive Stabilität bekommen und er hat im Zweifel auch öfter auf Jugendspieler gesetzt, wenn die Qualität da war. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die erste Aufstellung, welche Jugendspieler spielen werden. Rava schreibt, das ist eine Mammutaufgabe für Pai. Ich hoffe, er hat gesagt, Leute, ihr steckt da unten, nicht wegen mir. Ich werde alles versuchen, aber wenn es nicht klappt, mache ich weiter und baue den Hertha-Weg mit neu auf. Alles andere würde keinen Sinn machen. Naja, Hertha hat ja jetzt schon bestätigt, dass es keine, ähm, Hertha hat ja schon bestätigt, dass es kein Engagement über den Sommer hinaus ist. Also man könnte sich im Sommer natürlich nochmal darüber unterhalten, aber bisher ist erstmal nur, äh, vertraglich festgelegt, dass er bis zum Sommer das übernehmen wird. Wir können übrigens, wir machen mal parallel dazu eine Umfrage, auch wenn es jetzt sehr emotional ist, auch wenn es überhaupt nicht rational ist, auch wenn eigentlich nicht viel für spricht, aber sagt doch einfach mal euer Gefühl. Ich frage euch, schafft Pai den Klassen-R-Weg mit Halt. Ja oder nein? Ganz herzlich, dein Michael. Wenn ihr die Umfrage nicht seht, müsst ihr einfach den Stream nochmal neu starten. Ja? Interessiert mich einfach nur eure... Und selbst wenn es jetzt eine völlig... Guck mal, selbst wenn diese Gefühlslage jetzt so übereifernd ist, dass jetzt auf einmal sagen, ja wir schaffen es und wir schaffen es dann nicht, es interessiert mich trotzdem. Stamy, danke für dein Prime-Aboon. Neunter Monat am Start, mein lieber Freund. Vielen, vielen Dank für den Support. Ich habe es gestern schon gehört, dass Pahl es macht. Seitdem renne ich einfach nur noch mit dem Grinsen Richtung zweite Liga. Wieso? Du glaubst also nicht dran, ja? Gegen Bremen das erste Eckentor der Saison. Ja, wer weiß. Vielleicht können wir jetzt auf einmal wieder Standard schießen. Ey, das wäre es. Gegen Bremen, so wie damals mit Foddy, wo wir auf einmal drei Standard-Tore gegen Hoffenheim war das, gemacht haben. Marco, danke für 85 Bits. Tom als Trainerbiz. Ach komm, hör auf. Ich habe doch eigentlich gar keine Ahnung. Ich kann nur meckern. Kann nur den Bierbauch-Tragenden, auf der Couch sitzenden Meckerfritzen machen. Pahl muss länger bleiben als nur bis Sommer. Ich finde auch. Das können wir dann als zweite Umfrage machen, ob ihr das findet. Pahl, die geile Sau. Nicht jeder geht dreimal zu seiner Ex zurück. Das kann nur wahre Liebe sein. Ja, hoffnungslose Liebe, könnte man fast schon sagen. Seid ehrlich mit euch selbst. Ja, seid ehrlich bei der Abstimmung mit euch selbst. Absolut. Tom, wir bekommen wieder eine Relegationsparty gegen HSV, Bernie. Das wär's, ne? Also HSV hat gestern 2-0 in Kaiserslautern verloren. Die machen schon wieder HSV-Sachen und Freiburg macht hier das 1-1 durch Scholloi. Aber Freiburg macht schon wieder miese HSV-Dinge. Ich glaube, nächste Woche spielt St. Pauli gegen HSV. Wir hatten St. Pauli heute in Braunschweig gespielt. Die haben hinten gelegen. Warte mal. Oh, St. Pauli hat das erste Spiel verloren. Aber trotzdem, Heidenheim hat gewonnen. Heidenheim hat gewonnen. Und damit steht der HSV ein Punkt hinter Heidenheim. Natürlich können sie es noch schaffen, aber es wäre zu krass, wenn wir am Ende dann tatsächlich wieder gegen HSV spielen, ey. Die Frage ist, wer hat da mehr Schiss vor. Ich sag's nochmal. Ich würde in der Relegation lieber gegen den HSV spielen als gegen Heidenheim. Auch wenn der HSV die bessere Mannschaft hat und vielleicht eine noch bessere Mannschaft hat als letztes Jahr. Aber die Fallhöhe, wenn Hertha gegen Heidenheim spielt, ist einfach zu groß. Die Fallhöhe ist einfach zu groß. Der Druck auf den Hamburgern wäre so immens im fünften Jahr, zweite Mal in Folge Relegation, dass sie es schaffen müssen, dass er vielleicht genauso groß wäre wie bei uns. Bei Heidenheim ist doch kein Druck, wenn die gegen uns Relegation spielen. Natürlich wollen die aufsteigen, aber das wäre doch kein Druck. Also wenn wir Relegationen müssen, wäre für mich HSV das Beste, was uns passieren kann. Diju, danke für dein Stufe 1 Abbonen. Nichts ist unmöglich. So sieht es nämlich aus. Toyota. Hallo, mein Name ist Marcel Davies von 1&1. Haben Sie schon mal über Ihren Mobilfunktarif nachgedacht? Ganz ehrlich, so großkotzig wie die sind, HSV wird dieses Jahr Vierter. Vierter? Ja, ich weiß nicht, ob St. Pauli, die hatten ja halt so eine Siegesserie, ob die das halt bis zum Ende durchziehen können. Ich glaube, würde der HSV nicht nehmen, nochmal Relegation, dann vor allem gegen uns. Bleibt ihnen ja nichts anderes übrig, wenn sie nur Dritter werden und wir Sechzehnter werden sollten. Eine Relegation gegen Düsseldorf ist auch im Bereich des Möglichen? Ne, das glaube ich nicht und das will ich auch nicht. Da habe ich zu krasse Traumata noch erlitten damals. Oder Hertha muss in der Re... Ja, oder Hertha muss gegen Düsseldorf. Da war doch was. Ey, das ist einer der größten Traumata, die ich je erlebt habe. Das brauche ich nicht nochmal. Und vielleicht geht es dem HSV ähnlich gegen uns. Das könnte natürlich eine Wunschvorstellung sein. Fand Sandro menschlich super, tut mir im Herzen weh. Er wollte nie was Böses für den Klub. Naja, was Böses wollen die meisten nicht. Und der hat auch wirklich alles gegeben. Aber es ist trotzdem für meine Begriffe zu spät. Zu spät gemacht. Aber natürlich tut es mir für ihn persönlich, tut es mir für ihn auch leid. Hallo Tom, eben die Nachricht von... Schreibt Lucky Heavy, hallo Tom, eben die Nachricht von Sandro gelesen. Mir kam wirklich... Mir kamen wirklich die Tränen Wahnsinn. Finde ich echt schade. Wäre mit ihm in die zweite Liga gegangen. Aber Paul ist die beste Alternative. Ja, ist schon sehr emotional gewesen. So, also diese Community ist auch nicht völlig verblendet. Die Abstimmung, ob wir mit Paul Dardai den Nicht-Abstieg schaffen, was ja wirklich eine Mammutsaufgabe ist, sagen 58 Prozent, die natürlich so ähnlich emotionalisiert sind wie ich, sagen jetzt ja, wir schaffen es noch. In welchem Szenario auch immer. Und 42 Prozent sagen nein. Ich denke, wenn man jetzt normale Fußballfans fragen würde, würde die Abstimmung deutlich mehr gegen nein tendieren. Wir sind natürlich Hertha-Fans und das ist bei uns emotional, aber ist ja auch völlig okay. Alleine, dass wir selber wieder daran glauben als Fans und wenn es nur ein Teil ist, dass wir wieder daran glauben, ist doch schon mal gut. Und natürlich wird sehr, sehr entscheidend das Spiel gegen Bremen sein, weil gegen Bayern wird nicht viel zu hohen sein. Und wenn du gegen Bremen gewinnst, dann kann dann kann das schon wieder ein Enthusiasmus entfachen und kann wieder zeigen, auch bei den anderen Klubs, ey scheiße, jetzt ist Hertha auch noch wieder da, weil die den Trainer gewechselt haben. Die haben Paul Dardai. Wenn die anderen Klubs noch mitspielen, wie Bochum heute oder so, das kann richtig Druck auch bei den anderen Klubs erzeugen. Deswegen. Paul traue ich ein 0-0 gegen Bayern zu. Ah, in München ist schwierig. Wir haben da halt auch schon öfter mal Packungen kassiert oder generell mit Paul auch öfter mal schon Packungen gegen Leipzig oder so kassiert, aber Freiburg führt 2-1. Ich glaube, das ist nicht gut für uns. Jetzt könnte man sagen, ist gut, dass Bremen ein bisschen wackelt, aber dann müssen die ja gegen uns gewinnen, um endlich diesen Nicht-Abstieg fix zu machen. Das ist, glaube ich, nicht gut für uns. Aber komm, wir müssen uns auf uns selber konzentrieren. Scheiß drauf. Wir müssen uns auf uns selber konzentrieren. Im Übrigen haben wir 6.000 Follower hier auf Twitch geknackt. Vielen Dank dafür, Leute. Vielen Dank dafür. Paul Dardai macht's möglich. Wenn das Dardai schafft, schießen wir Bobic mit Gulaschkanonen ab. Ja, der kriegt nix ab von unserer Gulaschkanone. M. Goldhahn, dank 100 Bits. Paul ist geil. Natürlich, aber sowas von. Bin dafür, du schickst Paul ein paar deiner Edelmann-Caps. Ja, die brauche er. Ey, das wäre geil, wenn er die am Trainingsrand trägt. Das wäre so geil. Dann würde Nali die auch extrem abfeiern. Sie trägt die ja so schon immer. Aber wenn Paul die auch noch tragen würde. Eieieiei. Ich glaube, das ist gut, dass Bremen verliert. Weniger Selbstvertrauen. Meinst du, die haben so wenig Selbstvertrauen? Ich meine, die spielen auch ohne Völlkrug heute. Bremen hinten anfällig. Kann ich Niklas Stark gegen uns sein erstes Eigentor mal erzielen? Das wäre auch wichtig. Das wäre auch ganz wichtig. Gegen Bayern muss die Marschroute sein, höchstens mit zwei Toren Unterschied zu verlieren. Na, warten wir mal ab. Wenn Paul es jetzt auch noch ein drittes Mal schafft, Vertrag auf Lebenszeit. Ja, die nächste Frage. Ich mache jetzt noch Umfragen hier. Erste Umfrage. Mit Paul im Falle eines Gut, das ist jetzt natürlich wenn wir jetzt wieder so einen dreckigen Fußball spielen und dann trotzdem absteigen, sagen nach nach den sechs Spielen sowieso wieder alle was anderes. Aber mich interessiert einfach eure derzeitige Gefühlslage. Mit Paul im Falle eines Abstieges weitermachen zum jetzigen Zeitpunkt. Ja. Nein. Nochmal. Paul ist einer, der wirklich auf Jugendspieler setzt. Der hat, guck mal, welche Jugendspieler der hochgebracht hat. Luca Netz, Marton Dardai, Gechter, Arnemeier, Mittelstädt, Torunariga. Habe ich noch irgendwen vergessen? Bestimmt. Welcher Trainer bei unserer Akademie, wo wir diesen Jugendweg gehen wollen, welcher Trainer in den letzten zehn Jahren hat ansatzweise so viele Jugendspieler, nicht nur in den Kader geholt, sondern Spielzeit gegeben und die als Bundesligaspieler etabliert? Wer? Wer, 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 wer? Schulz hat er auch hochgebracht? Bist du sicher? Kann sein. Jessic auch, stimmt. Jessic hat er auch hochgebracht. Also bitte. Samacic hat sein erstes Spiel, glaube ich, gemacht unter Bruno Labbadia in Dortmund. Aber kann sein, dass er ihn damals hochgeholt hat. Wenn Paul das wirklich noch schafft, stelle ich persönlich einen Antrag auf der nächsten MV, dass wir ihm eine Statue bauen. Ich schwöre, das meine ich ernst. Eigentlich hat er die jetzt schon verdient, wenn wir ehrlich sind. Eigentlich hat er das jetzt schon verdient. Bitte als dritte Option anbieten, kommt auf die sechs Spiele an. Ja, die gibt es jetzt nicht. Das ist nur aus der jetzigen Situation. Oha, das hätte ich nicht gedacht hier gerade, was jetzt sich hier ergibt für ein Bild. Das hätte ich ehrlich nicht vermutet, weil ja auch relativ viele Leute gerade abstimmen. Karot schreibt, wünsche mir, erstmal danke für deine erste Chatnachricht hier, wünsche mir sehr, dass Sandro beim nächsten Spiel vernünftig verabschiedet wird, gerade nach so einem Statement. Freue mich jedoch auf Paul. Ich glaube, ganz herzlich, dein Michael Kepunkt. Wir haben ja jetzt hier diese neue Verabschiedungskultur. Ich denke, er wird definitiv ordentlich verabschiedet. So, von über 150 Stimmen ist die Entscheidung jetzt gefallen. Also mit Paul im Falle eines Abstiegs, ich wollte eigentlich noch die zweite Frage stellen, wenn wir nicht absteigen, wollen wir damit Paul weitermachen, aber es sagen jetzt, es ist natürlich jetzt sehr emotionalisiert, das muss man schon sagen, aber es sagen jetzt gerade über 140 Leute, also 92% der Befragten sagen mit Paul im Falle eines Abstiegs weitermachen. Krass. Und nur 8% sagen nein. ist natürlich jetzt auch die Community hier, wahrscheinlich wenn man nicht auf Twitter die Umfrage mache, ist es andersrum, aber es ist schon krass, ist schon krass. Goldan, danke für nochmal 100 Bits, wir sind schon abgestiegen, Paul in der zweiten Liga zu wechseln, wäre irre. Ich sehe keinen Grund. Der einzige Grund, der halt so dagegen spricht, ist erstmal jetzt, wenn man von dieser Einstellung ausgeht, ja, Paul Dardai kann keinen Offensivfußball spielen, in der zweiten Liga werden wir umso mehr gefordert sein, Offensivfußball zu spielen, ja, kann ja sein, aber vielleicht hatte er die Spieler dafür nicht, da haben wir ja dann auch einen deutlich besseren Kader als der Durchschnitt und vielleicht gibt es ja so eine Möglichkeit wie Olli Reiß oder so ihm an die Seite zu stellen. Es wurde jetzt noch gar nicht gesagt, wer der Co-Trainer sein soll. Macht den jetzt Zecke, macht den Olli Reiß oder bringt der jemand ganz anderen mit, holt man Rainer Wittmeyer zurück, das wurde noch gar nicht gesagt, glaube ich, ne? Stand nicht drin oder habe ich das jetzt übergangen, habe ich das überlesen? Und jetzt nochmal, bitte alle, die können, alle, die Zeit haben und sich das irgendwie leisten können, bitte Samstag ins Stadion kommen. Es werden sehr, sehr viele Bremer kommen und wir brauchen den Support und alleine, um so eine Euphorie wieder zu erzeugen, wie geil wäre das, meinetwegen, lasst es 15.000 Fans sein von den Bremern, wie geil wäre es, wenn wir da so ein ausverkauftes Olympiastadion mit einer Druck auf den Kessel Stimmung erzeugen würden. Also bitte alle, die können kommen. Übrigens, Dennis wird ja noch vier Karten verlosen, ich habe es nicht vergessen, für jedes Tor von Hertha zwei Karten. Machen wir dann auch noch Anfang der Woche oder so. Wo sitzt du denn eigentlich, Mario? Das würde mich nochmal interessieren. Ich bin ein P4 mit meinen Gästen, die ich dabei habe. Dann müssen wir auf jeden Fall quatschen und uns sehen, Mario. Luke, danke für nochmal 100 Bits. Sehr, sehr lieb. Bei Schalke, bei Schalkes Restprogramm gehen die runter. Ja, könnte man jetzt so sagen, aber man weiß am Ende auch nie, ist Bayern dann schon durch, ist Leipzig durch, ist für die noch was wichtig, ist Frankfurt, hat Frankfurt noch eine Chance auf Europa League? Also, Frankfurt gestern auch nicht, wieder nicht überzeugend, muss man einfach mal sagen. Vielleicht konzentrieren die sich einfach. Es werden ca. 25.000 aus Bremen kommen, na, warten wir erstmal ab. Das wurde schon oft gesagt und dann waren es doch deutlich weniger, als gesagt wurde. Kann natürlich sein, aber umso wichtiger dann, dass von unserer Seite auch 50.000 da sind. Ist Füllkrug gegen Hertha Fit? Wahrscheinlich leider schon. Ich hatte ja gehofft, dass er heute spielt und seine fünfte Gelbe kassiert. Ich werde mit Frau und Kind auch dabei sein gegen Bremen, Block O, sehr stark, Hammer Graphics, sehr stark. Ey, wir haben vorhin schon gequatscht, ich schreibe dir das aber nachher nochmal. Wir brauchen unbedingt ein Pal-Dardai-Emote mit Zigarre. Dieses Bild mit der Zigarre brauchen wir unbedingt. Vielleicht kannst du mir den ja machen. Hab nicht mal mehr Plätze für Ostkurve Oberring gekriegt, müsste echt gucken, damit ich einen Platz ohne Sichtbehinderung bekomme. Wird bestimmt geil, wird sehr geil. Wobei Ostkurve Oberring in wichtigen Spielen ja auch öfter mal ausverkauft ist. Hammer Graphics, danke für dein Stufe 1, aber 14 Monate am Start. Mario, danke für 100 Bits. P5, Reihe 25 sitze ich. Wäre glücklich, wenn wir uns vor dem Spiel treffen können, bis mit den Gästen am Community-Treffplatz. Ganz herzlich dein Michael. Das ist mir alles zu schwierig zu koordinieren. Die wollen ja auch ein bisschen Zeit mit mir verbringen und das wird dann sehr, sehr kompliziert. Wenn ich dann da noch hingehe, dann habe ich wahrscheinlich gar keine Zeit mehr für meine Gäste, aber wir kriegen das auf jeden Fall hin, dass wir uns im Stadion treffen, weil wir rechtzeitig da sein werden und dann können wir da auf jeden Fall quatschen miteinander und uns sehen. Wenn ich stellst du dich einfach zu uns da, kriegen wir schon alles irgendwie gebacken. Hast du gesehen, Kunja hat das Bild kommentiert? Ja, haben wir schon drüber gesprochen. Haben wir schon drüber gesprochen. Alter, neuer Hype-Train oder what? Bad Haber, danke für dein Primo. Elf Monate am Start, kurz vor einem Jahr. Sonny Black, nochmal mit 100 Bits. Fairman fällt für den Rest der Saison aus. Ich habe nur gesehen, mehrere Wochen, dass die mehrere Spieler haben, die mehrere Wochen ausfallen. Das ist ja genug Verletzungspech, aber bis zum Rest der Saison, das könnte natürlich auch nochmal ein Punkt werden. Also diesen einen Ball, den er gehalten hat von Toussaint. Ich weiß nicht, ob den Schwolo auch gehalten hätte. Die Kicker-Tabellenrechner können wir noch machen. Ganz herzlich, dein Michael. Aber jetzt lasst uns erstmal abwarten. Morgen um 12 Uhr, also am Montag ist ja die Pressekonferenz. Dazu werde ich natürlich auch ein Video machen, nachmittags. Das werde ich auf jeden Fall mir reinziehen, wobei ich um 12 einen Termin habe. Ich hoffe, die ist dann danach direkt online, dass ich mir die reinfahren kann. Aber ja, wir können dann morgen, also morgen ist so geplant, unser normaler 21.30 Uhr Stream, alles darüber besprechen, was auf der Pressekonferenz war, wie könnte Hertha spielen, also auch mit welcher Aufstellung könnte man sich mal angucken, hat er so gespielt und so weiter. Dann können wir einen Tabellenrechner morgen mal durchtippen, wir gucken die Videos. Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Wir brauchen uns gar nicht so sehr auf die anderen konzentrieren. Wir müssen unsere Heimspieler alle drei gewinnen und vielleicht einen Punkt in Köln holen. Und das sollte schon reichen, meiner Rechnung nach. Dann hast du 32 Punkte, hast gegen die direkten Abstiegskandidaten gewonnen. Meiner Rechnung nach reichen 32 Punkte. Besser wäre es natürlich, man holt auch noch Punkte gegen Wolfsburg. Vielleicht geht es für Wolfsburg um gar nichts mehr. Ich vermisse die PK-Reactions, ja, ich auch. Vielleicht kann man es irgendwann mal wieder machen, wenn die DFL mal klarkommt, aber derzeit geht es ja leider nicht. Marcel, danke für dein Stufe 1, aber 15 Monate am Start. Du dribst den Hype-Train auf das Level 2. Moin Tom, bin ich ein kleiner. Bin ich ein kleiner, Alter, ich bin, ich glaube, größer als 99% hier. Neben Schwarz müssen auch Assistent Volker Mbulu und Videoanalyst Daniel Fischer gehen, Co-Trainer Tamas Bodok bleibt im Amt, unterstützt Dardai bei der Mission Klassener. Wo hast du denn das gelesen? Habe ich das überlesen? Stand es da mit drin? Hatte ich ehrlich gesagt gar nicht gelesen. Habe ich das so vorgelesen? Guck mal, ich bin zu hyped, vielleicht habe ich es auch überlesen. Grüße aus Hamburg, seid ihr dieses Jahr einfacher zu schlagen oder schwieriger? Gehe stark davon aus, dass wir wieder in der Reli gegeneinander spielen. Das kann ich dir noch nicht sagen, mein Lieber. Das müssen wir jetzt abwarten. Normalerweise würde ich sagen, einfacher zu schlagen. Aber letztes Jahr waren wir ja eigentlich auch katastrophal. Und außerdem haben wir jetzt Pai Dardai. Und ich muss mir erst mal angucken, wie es unter ihm läuft. Das kann ich dir jetzt so noch nicht beantworten. Es sind kaum noch Karten zu bekommen und die fangen bei 50 Euro an. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Haben die bei Sky gesagt? Okay, also es ist nicht von Hertha veröffentlicht worden. Dennis war los für das Stuttgart-Spiel? Oh, okay, dann habe ich das verwechselt, sorry. Ich dachte, das war jetzt für das Dingspiel. So, jetzt kann ich mal hier in Ruhe die Nachrichten vorlesen. Abmahnung! Parma, füttert hier nochmal den Hype-Train oder was? Danke für dein Geschenk-Abo, mein Lieber. Ein Toast auf dich. Wann war die Verlosung der Tickets von Dennis, die geile Sau? Hab gerade mal geschaut. Ganz herzlich, dein Michael Peplut. Ist doch erst gegen Stuttgart, dann habe ich anscheinend verwechselt. Aber kündige ich dann nochmal an. Um die 5K-Karten sind noch da. Ganz herzlich, dein Michael Peplut. Kann man auf der Webseite grob zusammenrechnen. Das hört sich ja schon mal gut an. Ich hoffe, dass nicht wirklich 25.000 Bremer kommen. Und selbst wenn, dann hast du halt ein Spiel wie gegen Dynamo Dresden macht auch Bock. Da müssen halt auch viele Herthaner da sein. Leider sehr viele Plätze mit Sichtbehinderung ab 43 Euro. Aber es haben sich sicherlich auch schon sehr, sehr viele eingedeckt mit Karten. Meinung zum VfB-Aufwind. Glaubst du, die machen Augsburg am Freitag weg und ziehen die endgültig mit uns rein? Also typisch wäre es, wenn Augsburg sich nochmal rettet durch so einen Sieg zu Hause. Weil immer, wenn es knackig wird für Augsburg, dann holen die wieder genug Punkte. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Augsburg gewinnt, aber ich finde einfach Wahnsinn, was Stuttgart jetzt für eine Moral bewiesen hat gegen Dortmund. Dortmund verkackt das wie immer. Immer wenn man denen die Daumen drückt, immer wenn Bayern mal patzt, verkacken sie es. Das war so typisch. Und das noch mit 2-0-Führung, mit gelb-roter Karte ab der 38. Und die kommen zurück, kassieren dann noch das 3-2 und kommen nochmal zurück. Ich glaube, der VfB-Aufwind bleibt erstmal bestehen. Also die holen mindestens einen Punkt. Ich denke eher, dass Stuttgart gewinnt in Augsburg. Weil Augsburg hat sich auch nochmal zurückgekämpft gegen Leipzig, aber Leipzig ist ja auch nicht so eine Übermannschaft im Moment, wie wir wissen, wie wir selber festgestellt haben. Jan, mein Lieber, danke für 300 Bits. Schönen Abend euch allen noch. Die Familie ruft, mach's gut, mein Lieber. Wir sind ja morgen auch wieder online um 21.30 Uhr. Warum eigentlich Sichtbehinderung im Oberring? Das könnten die Säulen sein, die das Dach halten. Endlich wieder müsse er akzeptiere und die Jessic, die Flo, die Dodi, die Kangaroo oder wie ich damals gesagt habe, die Giraffe. Die Kangaroo ist wieder da. Wobei man ja sagen muss, unter Sandro Schwarz hat mir Dodi schon am besten gefallen, weil, nicht von den Toren her, aber er hatte schon so die beste, äh, also er hat auch schwankende Leistungen gehabt, aber die Schwankungen waren nicht so krass wie unter Paul Dardai, die Dodi. Titt gegen Bremen bis jetzt 2-1, aber das muss ich dir, muss ich, keine Ahnung, kann ich jetzt noch nicht sagen. Luke, Dank von der Bitz, äh, ganz ehrlich, mich wundert gar nichts mehr, immer wenn Bayern nicht performt, performt Dortmund auch nicht, also war irgendwie zu erwarten und generell das Wochenende nur 1-1 oder viele Tore gefallen, schon krass, sehr, sehr crazy. Typisch wäre, wenn ihr nächste Woche noch gegen Bayern gewinnt und Dortmund trotzdem nicht vorbeizieht an den Bayern. Ähm, wer wird die LKW diesmal und die Dodi kann wieder aufblühen, die LKW. Vielleicht ist die neue LKW, äh, Jessic. Unter Dardai wird Boateng nicht mehr spielen, könnte ich mir auch vorstellen. Ey, und wir kochen gestern Gulasch und Essen, äh, heute nochmal, als hätte ich es geahnt. Das kann kein Zufall sein. Kann kein Zufall sein. Äh, nee, Sasamar Oberring mit Sichtbehinderung, die meinen diese Scheibe, die da ist. Okay, na dann ist es ja nicht so schlimm. Es gibt auch bei Block P Sichtbehinderung, wenn du die Scheibe zur Ostkurve zum Beispiel hast und das behindert dich eigentlich im Geringsten, würde ich mal sagen. Dardai wird erstmal aufräumen und die Mannschaft schleifen. Ich glaube, es wird auch ein paar überraschende Entscheidungen geben von Spielern, die im Kader sind oder nicht im Kader sind. Kann ich mir auch gut vorstellen. Kann ich mir gut vorstellen. Bin mir aber fast, was denkt ihr, spielt er Dreier- oder Viererkette? Er hat ja auch gerne Dreierkette gespielt, aber häufig eben auch Viererkette. Wir waren ja dann immer für Dreierkette, weil unter Sandro die Viererkette nicht geklappt hat, aber irgendwie richtig stabil war die ja am Ende auch nicht mehr. Gerade wenn man jetzt gegen Schalke geguckt hat. Ich weiß nicht. Könnte mir irgendwie vorstellen, dass er auf Viererkette zurückstellt. Vier, zwei, drei, eins. Das ist so dieses Dardai-System. Und dann vorne rein Jessic und dann mal gucken, wen er da auf die Seiten nimmt. Könnte ich mir schon gut vorstellen. Vier, zwei, drei, eins war glaube ich sogar die letzte Formation, die er gespielt hat gegen Augsburg. Wenn wir uns die letzte Formation mal angucken, gegen Augsburg, beim 1-1, wo er dann geflogen ist. Hertha, Augsburg, 1-1, Kicker. Guck mal, das war die letzte Aufstellung. Da war Marco Richter, Spiel des Spiels. Mit hier im linken Mittelfeld könnte ich auch mir sehr, sehr gut vorstellen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das passiert. Guck mal, Schwolo, Pekka, Stark, Jordan, Platte, Serdar und Azkassi bei Doppel-6. Also vielleicht Toussaint und Tolga oder Tolga und Toussaint und Serdar. Ekellen kam, der fehlt jetzt natürlich auf der 10. Muss mal überlegen. Richter und Mittelstädt. Könnte natürlich sein, dass er Richter hier rüberzieht und hier Dodi hinmacht und hier den neuen LKW Jessic oder er macht Jessic. Vielleicht setzt er ja auch auf Konga. Also wenn er auch auf Konga sitzt, dann habe ich anscheinend wirklich gar keine Ahnung. Mittelstädt als linker Mittelfeldspieler ist Terrorismus. Er hat es ja auch gemacht, weil wir keine Alternativen hatten. Guck mal, wen hatten wir hier auf der Bank? Wo sieht man hier die Bank? Toussaint. Oh, er hat Toussaint auf der Bank gehabt. Maulida hatten wir sonst als Alternative gehabt. Seevolk, Jastremski. Das waren seine Alternativen für einen Flügel. Prost Mahlzeit, Alter. Dann würde ich auch lieber Mittelstädt aufstellen. Vielleicht wird ja auch ein Sona, wollte ich schon sagen, Ejuke rechtzeitig fit. Jovo auf die 10, Jessic in die Spitze, rechts Dodi, links Richter. Haben Tolga und Pal noch zusammengespielt? Zusammengespielt? Nicht, er hat ihn trainiert, oder? Er hat ihn damals noch trainiert. Wann war Tolga das erste Mal hier? Muss ich nochmal nachgucken, bin ich gerade nicht mehr auf dem Schirm. ich bin mir fast sicher, dass Uremovic nicht spielen wird. das erste Mal war er bei uns 2013? Ne, da war weder Pal Trainer noch hat er da gespielt. Oder? Mit 37 hat Pal nicht mehr gespielt. Denkst du, Pal lässt Pekka statt Kenny auflaufen? Ich könnte mir sogar fast eher vorstellen, also es kann sein, dass er auf Pekka vertraut, oder er macht so einen Move und lässt Eitschberger spielen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Hammergraphic schreibt, Jovo auf die 10, Jessic vorne rein, Dodi links, Richter rechts. Dodi links kann man auch mal probieren, dann kann er wenigstens in die Mitte ziehen und direkt abschließen, was er eigentlich, er ist ja eh nicht so der Vorlagengeber, könnte man auch mal probieren. 2015 hat er ihn noch trainiert, okay. Uremovic und Kempf nächste Woche beide, ach Uremovic ist ja gesperrt, ne Kempf ist nicht gesperrt, hat Kempf eine gelbe Karte bekommen gegen Schalke? Habe ich gar nicht mehr drauf gedacht. Konga als neuer Selke, das könnte natürlich eine Sache sein. Ihr wisst noch, wie ich mich bei Paldada immer aufgeregt hatte, dass er immer mit Selke gespielt hat, vielleicht spielt er wirklich mit Konga. Der hatte immer, immer mit seinem Selke es gehabt. Aber ich glaube, Kempf hat keine fünfte gelbe bekommen. Warte mal. Ne, Uremovic fällt aus, also steht er sowieso nicht zur Verfügung. Vielleicht spielt er sogar ein Clemens, wer weiß. Ich glaube zwar nicht, aber Paldada hat auch damals die Entscheidung getroffen, auf Gächter und Marton zu setzen, auch aufgrund mangelnder Alternativen, aber wer weiß. Wer weiß. you never know. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf die Pressekonferenz morgen, das kann ich euch schon mal sagen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns никогда. Wir meinen Sie